Das Wort Impfpflicht stand für die Bundesregierung bisher sozusagen auf dem Index. So etwas werde es in Deutschland nicht geben, hatte Gesundheitsminister Spahn zuletzt immer wieder gesagt. Jetzt aber ist zumindest eine Diskussion darüber in der Welt, angestoßen von Bayerns Ministerpräsident Söder. Er fordert, über eine Impfpflicht für Pflegekräfte nachzudenken. Die Idee stößt aber auf viel Widerstand. Hierzulande sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts inzwischen 688.782 Menschen gegen Covid-19 geimpft worden. Eine Impfpflicht, wie sie jetzt für Pflegekräfte diskutiert wird, gibt es in Deutschland nur bei Masern. Bei den aktuellen Corona-Impfungen sind Pflegerinnen und Pfleger offenbar zurückhaltend. Belastbare Zahlen dazu gibt es allerdings noch nicht. Trotzdem nun die Anregung aus Bayern. Der Deutsche Ethikrat sollte sich damit beschäftigen. Und wie Sie wissen, gibt es ja bereits auch in anderen Bereichen eine Impfpflicht, zum Beispiel bei Masern. Und wenn Sie jetzt mal vergleichen, Masern mit Corona ist die Gefahr und Bedeutung von Corona natürlich deutlich höher. Also da brauchen wir schon eine gesellschaftliche Debatte darüber. Doch auch die erst seit März bestehende Pflicht zum Impfen bei Masern in Kitas und Schulen ist juristisch umstritten. Gegen dieses Gesetz ist eine Klage am Bundesverfassungsgericht anhängig. Deswegen ist noch nicht abschließend geklärt, ob eine gesetzliche Impfpflicht für einen bestimmten Bereich rechtlich zulässig wäre. Aus der Opposition im Bundestag kommt von der Linken Widerspruch gegen eine Impfpflicht für Pflegende. Impfpflicht wird es nicht geben, hat die Bundeskanzlerin, hat der Gesundheitsminister, haben viele immer wieder beteuert. Und ich finde das richtig. Wir müssen werben, dass sich Pflegepersonal, dass sich Ärzte, dass sich möglichst alle impfen lassen. Aber die Drohung einer Impfpflicht wird eher das Gegenteil bringen. Mehr Aufklärung fordert der deutsche Pflegerat und mahnt, eine Impfpflicht könnte auch zu einem negativen Effekt beim bereits völlig erschöpften Pflegepersonal führen. Statt überfälliger und ausbleibender Anerkennung darf die Berufsgruppe jetzt nicht pauschal zum Buhmann herabgewürdigt werden. Es fehlt, so der Pflegerat, eine sachliche Information speziell für Pflegekräfte. Die Wirkung der bisherigen Impfkampagne des Bundes sei nicht ausreichend.